Hallo, bei Rock am Ring! Äh, ja, hallo und herzlich willkommen. Bei Minecraft, was auch du? Ah, warum haust du mich direkt? Ach, Gewohnheit. Gehen wir schlafen, oder? Ja. Äh, jetzt war mein Haus. Erstmal pennen. So. Ein paar Leuchte haben schon bestimmt gemerkt, ich hab neuen Texturen-Pack benutzt. Das ist Oso-Craft. Ja. Äh. Sieht ganz nett aus. Ja. Und als Shader-Pack habe ich jetzt Kuda Shaders Version 4 Medium genommen, weil Heil hat so einen übelst übertriebenen und schärfe Ding. Das nervt. Hm. Darum Medium. Verdammt. Lass mir einen Moment, ich will... Wenn du willst, kannst du selbst allein in die... ...Dings gehen. In die Dings gehen? Ja. In die Mine, oder was? Ja. Wenn du willst. Alleine Angst. Äh, Angsthase. Es ist so dunkel da unten. Es ist so gefährlich. Äh, halt doch, Mädchen. Was willst du denn, dass ich sage, irgendwie... Du bist runtergefallen, oder? Ja auch. Ganz da mal runtergegangen. Was soll ich denn in der Höhle? Sterben. Sterben. Was? Wieso? Wieso Höhle? Du hast doch gesagt, ich soll in der Höhle runtergehen. Nein. Das habe ich nicht. Was hast du gesagt? Ich habe Videobeweise. Okay, ich habe keine Säune mehr. Aber eigentlich wollten wir die große weite Welt erkunden. Ja, aber hier ist ja endlich Mine. Und ich habe keine... ...keine Kisten mehr. Ja, dann wird... Oh, freu mir. Ich habe noch eine Kiste. Müssen wir Rucksäcke produzieren. Ja, aber haben wir... Wir haben ja immer noch nicht genug, oder? Äh... Weiß es nicht. Wir brauchen ja Leder, ne? Und? Verdammt, das ist leicht. Und... Ich versuche mal, okay? Ja, Bewohner, zisch ab. Aber ich glaube, ich könnte vielleicht für dich eins machen. Ja. Ähm. Ähm, ich muss gucken, ob ich hier... Ein paar Rinder... ...finde. Nein! Wie nein? Du findest hier... ...wenn, dann tüte nicht alle, tüte nur zwei von vier. Alles klar? Ja. Was? Aber töten. Oh, sei doch kein Kind, meine Flesser. Nein, nicht so kindisch. Warum lädt das alles so langsam? Weil dein PC scheiße ist. Nein, ist es nicht. Das doch. Oh, scheiße. Das doch. Ja, genau. So, was kann ich hier noch? Also, weil Zuschauer sollen sich nicht wundern. So, hast du auf die falsche Festplatte aufgenommen? Nein. Nicht? Ich habe da Optifine auf Multicore gestellt und plötzlich ist Minecraft abgekackt. Oh. 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 Das tut mir für dich leid. Und jetzt guck... Es kackt wieder Minecraft ab. Halt! Der schönste Bildinhalt, was es gibt. Black Screen. Oh, das... Das habe ich schon gemacht. Hups. So. Ich glaube, irgendwie verträgt der, äh... Äh, Ding jetzt nicht. Multicore nicht. Ja, mache ich hier ja Default. Mach das. Warum auch immer. So, jetzt. Jetzt geht alles wieder. Ich habe gedacht, ich mache Multicore, dann, äh, tut er die Welt außenrum schneller laden, aber... War nicht. Ist direkt abgestürzt. Oh, schon wieder. Ja, zweimal halt. Oh. Jetzt habe ich jetzt direkt eine Option wieder normal gemacht und jetzt geht's. Okay. Nur die Welt ladet langsam. Ah, ich glaube... Unser Problem war ja auch, dass uns... Da Spinnennetze nicht gereicht haben und ich glaube, das wird auch gleich das Problem sein. Ich glaube, wir haben genug Leder für eins, aber, wie gesagt, zu wenig. Bei uns, wir haben ja uns letztes Mal über Grafikkarten unterhalten. Ja, und ich habe gerade erfahren, dass die Borgänger-Versionen jetzt recht billig zu haben sind. Mhm. Ist ja immer so. Eigentlich. Aber halt von... In Video. Die, ähm... AMD-Preise weiß ich gerade nicht. Ich schätze mal, die AMD-Preise sind auch gesunken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. 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 Ja, wie gesagt, es reicht nur... Es reicht nicht. Glaub ich jetzt irgendwie irgendwas übersehen, aber... Nee. Mhm. 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 Du arbeitest die ganze Zeit und ich... Ja. Nix... Nix Wichtiges. Ja, was heißt Arbeiten? Ich, äh... Beim nächsten Mal ist es am besten, wenn die Felder voll... Also, halt, wenn die Felder fertig sind, dann werde ich... Melonen anbauen und bis dahin können wir ja gucken. Aber erstmal wieder nach unten. Ja. Weil wir brauchen noch einiges, aber ich weiß nicht mehr genau... Wo... Die... Wo das war. Wo ist Fleisch? Ich hab da letztes... Ich hab alles mitgenommen. Kannst du mal welches geben? Der Funga. Der Funga. Der Funga. Ja, ich stehe. Moment. Mhm. Mhm. Braten ist... Feine Fleisch. Mach mir lieber alles neu. Weil... Sonst geht das kaputt. Wenn wir unten sind und dass wir nicht so... Bei Oh-Zug-Oh-Zug-Kraft dann, äh... Haben die... Villager hier irgendwie so Bob... Der Baumeister-Gesicht da so ein bisschen... Echt? Irgendwie schon. Habe ich das Gefühl. Fehlt nur der gelbe Helm. So, ich geh jetzt nach unten. Koste es, was es wolle und... Koste es wolle. Koste es wolle, okay. Aber das Problem ist, ich weiß echt nicht mehr, wo... Doch hier war es irgendwie so. Schon wieder einmal eins Loch? Ja. Weißt du, was werde ich hinter... Das war so Schicksal. Bist du jetzt meinem Zeug hinterher? Nein. Ich steh da. Und markier die Stelle, wo du runtergegraben hast. Ich weiß, wo ich runtergegraben hab. Ja. Ach, scheiße. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke jetzt. Ich vergesse halt immer, dass in meinem Privatspiel hab ich ne... ...Diamantrüstung und wenn ich runterfalle, ist es halt nicht schlimm. Ich grabe mal genau daneben ne vernünftige... Vernünftig nach unten. Aha. Na, ich könnte nicht mehr brauchen. Nein! Fuck. Fuck. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Und ne neue Hacke. Mein Zeug ist weg. Passiert? Nein. Hilfe. Werde ich hier gleich umgebracht. Und ich seh nix. Passiert? Hör auf, mir sagen, passiert! Hör auf, mir sagen, passiert! Ja, passiert. Ach, gestern, du Arsch! Aua! Auf mich nicht! Aua! Das Arsch! Versicht! Aua! Das tut weh. Und zwar sterb ich. Du warst meine Rüstung fast kaputt. Gott, stimmst du endlich! Ach, ne, ich hau ab. Ich hab kein Holz mehr, verdammt. Ich hab kein Holz mehr, verdammt. Scherben! Ach! Nein! Das fällt mir schwer. Arschgesicht! Wo war denn das? Ich weiß es. Ich weiß es auch, aber wo ist das Loch? Oh! Ach so, ich bin hier woanders gestorben. Wo ist der zweite Dead Point? Wieso ist da nur einer? Scheiße, der macht jetzt bei dieser neuen Version die alten Dead Points weg. Hä? Äh, wo ist das Loch nochmal? Ja genau. Wo ist das Loch nochmal? Nein! Fick dich! Ah, das bist du ja gar nicht. Warst du verwechselnd ähnlich. Boah! Fick dich! Musst du mich immer ablenken. Nein. Aber ich kanns. Ja, lieber auf damit. Ja? Ja, lieber auf damit. Nein, 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 nein! Fick! Fick! Es ist zu dunkel. Fick! Hier hast du ein Schwert. Wirst du nicht? Okay, dann nicht. Na mein Zeug wieder. Aber es ist fake. Hier hast du ein Schwert. Und jetzt ist das so. Bis wenigstens. Ja, es ist in der Nähe. Ja, okay. Es war nur Eisen. Hier. aber ja wir müssen woanders aber ich glaube dort kann es auch nicht so sein ich weiß es nicht übrigens das ganze fleisch was wir hatten war bei mir war ich weiß warum fließt das so langsam ab sind irgendwie langweilig aber ich finde ich habe angst ich frage es ob ich schon ein haas fan club ja ich glaube es ist sandkasse hier kriegst du einen baum das war voll für ein scheiß so eine miese schlampe aber wir müssen wir müssen mehr reden wir müssen mehr wir müssen hier hin wir müssen hier dorthin eventuell ich war ähm da ist eine sackkasse ja die karte lügt so hier sind vier dann müssen wir hoch und dann ich tue jetzt einfach mal so als ob ich wüsste wohin wir müssten tust du aber dann kannst du mich bauen hast ja bitte nochmal wieder gern wir müssen in die andere richtung was nein kannst du mal Fackel geben nö dann nicht das war meine letzte halte ich dir in der hand und dann mein weg erleuchtet was 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 kann ja nicht wahr sein ich habe keinen bock da ah da ist es glaube ich ist ich zurück nach oben an die klappe ich glaube ich geh zurück nach oben was wieso Facelang ja weil hier unten ist es langweilig ich ich geh zu einer Mine du bist langweilig wir sterben ach nein doch ich werde meine Mine finden irgendwann ganz bestimmt nein heute noch innerhalb der nächsten drei Minuten hoffentlich so wo ist dein Name ich wusste wieder was zu essen haben aber du hast da alles weggeschmissen ich habe nicht alles weggeschmissen ich bin gestorben ja habe etwas Respekt du Arsch ich habe meine Mine gefunden nein 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 Glückwunsch ich werde dir keine verdammten Fäden mitbringen für deinen Rucksack du Arsch okay kannst du selbst gucken wie du zurechtkommst das soll Inventar der kriegen hier so was ist das du knarschst gold ja ich weiß das mein Stuhl so erstmal brauchen wir ein bisschen Eisen weil ich muss noch eine Hose machen jetzt habe ich zwei Hosen gemacht so jetzt kann ich Fackeln machen so warum schmeißt das weg egal ähm du bist trotzdem dumm nur dass du es weißt okay oh gott was denn das das reicht für das ja egal ich will nichts will wie ich will auch gar nichts doch gar nichts ist das ne Hexe nein nein stirb doch wenn die hexe dich vergiftet stirbt man komplett oder aber sie ist sehr stark okay jetzt habe ich nur einen halben herz ist auf ich hoffe du stirbst ich habe dich schon getötet und auch nur noch vergiftet so nicht stimmt schade denkst du dir so langsam ich glaube wir müssen schluss machen 20 minuten stimmt schaust du noch in der oberfläche oder bleibst du unten das war eine komische antwort ich gebe dir einen moment das ist das machen schnell dann bis zur nächsten folge tschau tschau